Ja, da siehst du, Corona-Lockdown. Leider ist es momentan ziemlich ruhig, aber bald bist du wieder da und dann gehen wir es richtig an. Praxis ist das Wichtigste, dass siehst du, wie unser frischer Apfelsoft abgefüllt wird. Unser erstes Projekt zum Schulbeginn ist ein Nützlingshotel. Weihmachen ist nicht nur ein Gefühl, sondern Technik ist auch dahinter und das lernen sie bei uns. Hier lernst du einen Betrieb führen, nicht nur in Theorie, sondern in Handwerk und Praxis. Wir lernen euch, wie man in Kremstall den besten Wein macht. Vorne lernt ihr die Theorie, hier die Praxis. Und bei uns konzentrierte Führerschein und den Startplatz Führerschein machen. Die Schule ist sauber, ich warte auf euch. Das Essen war schon fertig für euch. Liebe Eltern, liebe Schüler. Jetzt konntet ihr einen kurzen Einblick über unsere Schule gewinnen. Momentan ist die Situation noch ein bisschen trostlos. Aber mit eurer Anmeldung können wir im September so richtig durchstarten. Wir freuen uns auf euch. Winzer machen Wein. Wir machen Winzer. Weinbau Schule Krems. Wir machen uns auf seine Fahrzeug schnellstil rein. Wir machenuni Fahrzeug.